Ich suchte sich, glaub ich, gerade den Weg in den Land irgendwie. Hallo? Noch hab ich nichts verloren. Boah, steh auf, ey! Drück mal irgendwas. Ich mach die ganze Zeit. Ich kann weder links noch rechts. Ich kann nur mit dem Aus noch die Richtung bestimmen. Okay. Guck mal aus dem Wasser raus, ja, dann sieht's immer noch funktioniert. Autoswimmen. Ja. Der schlitzende. Hier kommt Franz von allen, die sich griffen in Action. Guck mal, das kann ein Handschwenk. Was ist denn denn, dass so ein Wasserdinger raus ist? Nee. Guck mal. Ich komm nicht, glaube ich, mal aufs Füße. Aua.